All diese Action ist nicht gut für mein Haar. Siehst du, wie trocken es ist? Kreaturen verwüsten die Stadt und dein Problem ist trockenes Haar? Du hast leicht reden. Denk doch einen Moment mal an mich. Hm, ich könnte eine meiner Formeln anpassen, die... Nein, wir brauchen nicht noch einen lebendigen Schleim. Nicht jetzt. Ja, Menschen. So erfinderisch und doch so problematisch. Ja, wir brauchen nicht noch einen Weg. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.